Täglich waschen unsere Hände durchschnittlich 3 Zimmer mit Seife. Bei 30 Sekunden pro Waschstand, also 6,5 Minuten am Tag. Was viele nicht wissen ist, wie Seife hergestellt wird, woraus sie besteht und wie dieses kleine Stück es überhaupt schafft, den Dreck und die Bakterien von unseren Händen zu waschen. Seife ist nicht gleich Seife. Es gibt einmal die festen Seifenstücke und Flüssigseife. Chemisch gesehen ist die Wirkungsweise gleich, nur die Herstellung nicht. Beide waschen gleich gut den Dreck von unseren Händen. Jedoch ist die synthetisch hergestellte Flüssigseife etwas milder zu empfindlichen Händen. Außerdem sollen Flüssigseifen und Anfassen weniger Keime übertragen als bei Seifenstück. Was jedoch nicht stimmt. Auch der durch Werbung weit verbreitete Glaube, dass Flüssigseife bei der Dosierung besser ist, ist falsch. Die feste Seife haben wir automatisch nur so lange in der Hand, wie wir die Seife brauchen. Durch Seifenspender nimmt man häufig mehr Seife auf, als man wirklich benötigt. Daher ist die gute alte Handseife auch nachhaltiger, weil man sie ganz einfach unverpackt kaufen und verwenden kann, wohingegen die Flüssigseife in Plastikspendern daherkommt. Auch die als umweltfreundlich beworbenen Nachfüllpackungen sind eigentlich unnötiger Müll. Wer also der Umwelt etwas Gutes tun möchte, nutzt feste Seifen, denn diese reinigen mindestens genauso. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, schauen wir uns doch am besten einmal an, wie die feste Seife hergestellt wird. Dafür gehen wir 4500 Jahre zurück zu den Sumerern. Von ihnen ist das älteste Seifenrezept auf Tontafeln überliefert. Ihre Mixtur bestand aus Pflanzenaschen vermengt mit Ölen. Die Sumerer nutzen sie aber nicht zum Waschen, sondern als Heißseibe. Erst die Römer nutzen ein ähnliches Gemisch zur Körperreinigung. Die Seife, wie wir sie heute kennen, wurde im 7. Jahrhundert von den Arabern erfunden. Sie erhitzten Öl und alkalische Salze, die anstatt der Pottasche verwendet wurden, in einer Ätzlauge und ließen sie es gemischt kochen, bis es fest wurde. Diese Urseife wird heute noch hergestellt und ist besser bekannt als Aleppo-Seife. Bei ihr werden erstmals auch Duftkräuter hinzugegeben. Dieses Wissen kam dann langsam nach Europa, vor allem nach Spanien, Italien und Frankreich. Jedoch fing die breite Masse erst im 17. Jahrhundert an, Seife regelmäßig zu nutzen. Erst durch die Erfindung von Nicolas Leblanc, der künstliches Doda herstellte, konnte Seife massenhaft und billig produziert werden. Halten wir fest, früher wurde Öl, egal ob Pflanzen- oder Tieröl, und Pflanzenasche benutzt, um Seifen herzustellen. Chemisch gesehen besteht Öl aus Fetten und die Pflanzenasche aus alkalischen Salzen. Besser gesagt heißt die später verwendete Pottasche auch Kaliumkarbonat. Sie ist also ein Kaliumsalz. So, mehr brauchen wir nicht, um Seife herzustellen. Außer man möchte noch Duftstoffe einsetzen. Schauen wir uns das Ganze mal auf Molekülebene an, denn eine Fettgruppe besteht aus einem dreivettigen Alkohol und langjährigen Alkansäuren, die verästert werden. Die drei Wasserstoffatome der Hydroxygruppen des Alkohols werden bei der Verästerung abgespalten, genau wie jeweils die OH-Bindungen der Säuregruppen von den Alkansäuren. Somit wurde Wasser abgespalten und ein Triglycerid ist entstanden. Bei der Verästerung ist es egal, wie lange die Alkansäureketten sind, da die Reaktion der Hydroxy- und Carboxylgruppe betrifft. Nun sind wir auf dem selben Stand, was Fett überhaupt sind. Das Fett reagiert mit einem alkalischen Salz. Zur Vereinfachung nehmen wir dann mal Natriumhydroxid, also NaOH. Die Hydroxygruppe des Natriumhydroxids reagiert mit dem Alkansäurerest des Fettes zu Seife und Glycerin, einem dreivettigen Alkohol. Wenn man genauer hinschaut, ist Seife nichts anderes als ein einfach negativ geladener Alkansäurerest, an dem ein positiv geladenes Natriumatom angelagert ist. Anders gesagt ist es ein Fettsäuresalz. Diese Reaktion, mir soll es auch anders sein, wird Verseifung genannt. Wenn Du Dir diese Reaktion etwas genauer anschaust, fällt Dir vielleicht etwas auf. Um ein Fettmolekül zu erhalten, haben wir einen dreiwertigen Alkohol mit einer Alkansäure reagieren lassen. Jetzt haben wir das Fettmolekül mit einer Base reagieren lassen und es entstand ein dreiwertiger Alkohol und ein Fettsäuresalz. Tatsächlich ist die Verseifung einfach die Rückreaktion einer Veresterung. Der Ester, besser gesagt die Estergruppe, wird entweder mit einem Wassermolekül, Enzym oder in unserem Fall mit einer Lauge gespalten. Wir bekommen also wieder einen dreiwertigen Alkohol und eine Alkansäure bzw. ein Alkansäuresalz als Reaktionsprodukt. Nun sind unsere Fettsäurereste, aka Seifen, noch sehr alkalisch. Um sie pH-neutraler zu machen, wendet man das Aussalzen an. Es wird zum Beispiel Kochsalz, NaCl hinzugeben, dass das Glycerin endgültig von der Seife trennt. Jetzt haben wir erfolgreich Kernseife hergestellt. War doch ganz leicht. Wenn Ihr das jetzt selber oder im Chemieunterricht ausprobieren wollt, könnt Ihr gerne der Anleitung aus Quelle 7 folgen. Um jetzt noch zu verstehen, wie Seife funktioniert, müssen wir noch ein kleines bisschen auf molekularer Ebene bleiben. Schauen wir uns doch mal das Reaktionsprodukt unserer Verseifung an, das Fettsäuresalz. Wichtig zu wissen ist, dass Alkane und damit auch Alkanenreste hydrophob sind. Anders ausgedrückt, sie sind wasserhassend. Unsere rechte Seite hasst jetzt also Wasser. Aber die linke Seite, die mit der Karboxylgruppe und dem Metallion, liebt Wasser. Sie ist hydrophil. Bildlich gesprochen haben wir ein Molekül, das aussieht wie ein Streichholz. Der Kopf ist hydrophil und der Schwanz, ja, das wird wirklich so bezeichnet, ist hydrophob. Das ist im Prinzip alles, was wir brauchen. Nützlich ist aber auch zu wissen, dass ein hydrophobes Molekül gleichzeitig lipophil ist, also fettliebend. Andersherum ist ein hydrophiles Molekül lipophob. In Kombination wie bei unserem Molekül, das beide Eigenschaften besitzt, nennt man es Amphiphil. Dieses spezielle Aussehen und Eigenschaften eines Moleküls hat auch einen Namen. Es ist ein Tensid. Was passiert jetzt also, wenn wir die Amphiphil-Moleküle im Wasser lösen, zum Beispiel beim Händewaschen? In Wasser gelöst bilden Tenside der Seife sogenannte Mitzellen. Das sind diese runden Formationen, bei denen die hydrophilen Köpfe nach außen in Kontakt mit Wasser kommen und die innen gelegenen hydrophoben Molekülschwänze schützen. Sie fungieren als eine Art Schicht, die zwischen zwei Stoffen liegt, zwischen Wasser und einem lipophileren Stoff. Von ihnen kann auch ein Öltropfen umschlossen werden, was dann so aussieht. Und nichts anderes geschieht mit dem Schmutz. Er wird von den Tensiden einfach eingeschlossen. Wenn er von Mitzellen eingeschlossen wurde, kann er mit Wasser einfach weggespült werden. Das Schäuben beim Händewaschen liegt übrigens auch an den Tensiden. Vorwiegend werden nämlich anionische Tenside eingesetzt, die wie unser Beispiel ein negatives Carboxylation besitzen. Denn Schaum- oder Seifenblasen sind nichts anderes als Luft, die von einer Schicht Wasser eingeschlossen wird. Dabei wird die Luft und das Wasser durch die Tenside getrennt. Anionische Tenside schäuben deswegen besonders stark, weil der Kopf besonders hydrophil ist. Jetzt wisst ihr, wie Seifen entstehen und wie sie es schaffen, unseren Dreck wegzuwaschen. Wir haben zwar die Reaktion der Kernseife angeschaut, doch die Wirkung der Tenside bleibt immer gleich. In Flüssigseifen funktioniert sie genauso, obwohl sie synthetisch hergestellt werden. Auch in Waschmitteln sorgen Tenside für saubere Kleidung. Zusätzlich werden in Waschmitteln eine Menge an Enzymen eingesetzt, damit unsere Wäsche sauber wird. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Wie dem auch sei, die gute alte Kernseife ist nicht nur ein ausgezeichnetes Handwaschmittel, sondern auch noch eine schöne Portion Chemie. So, das war's auch schon wieder von diesem Video. In diesem Video erfahrt ihr, wie das chemische Recycling funktioniert, denn Flüssigseifen kommen nicht ohne Plastikverpackung aus, die recycelt werden sollte. Wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!